Der kleine Prinz, Kapitel 18 Die Menschen? Ich glaube, es gibt sechs oder sieben davon. Ich habe sie vor ein paar Jahren einmal gesehen, aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind treibt sie mit sich fort. Sie haben keine Wurzeln. Das bereitet ihnen große Schwierigkeiten. Adieu, sagte der kleine Prinz. Adieu, antwortete die Blume.